Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Elex. So, ich will mal grad schauen, wie viel... Wir haben noch ein bisschen was. Wir bräuchten halt jetzt noch einen Stufenaufstieg, um hier die Konstitution hochzukriegen. Wir brauchen noch 8500 Elexit. Wir haben noch was zu tun. Wir müssen noch gucken, dass wir Geld kriegen. Von daher. Ich will grad noch mal schauen, wenn wir unsere Axt aufwerten. Wie hoch waren da die Anforderungen? Waren die so immens hoch, dass mir das nix bringt? Hier war doch irgendwo so eine Werkbank. Werden die eigentlich auf der Karte angezeigt, die Werkbänke? Hi Doc, hast du eigentlich noch irgendeinen Auftrag für uns? Ich bin verletzt. Kein Problem. Jetzt sollte es dir schon besser gehen. Bring mir etwas bei. Geht klar. Was kannst du? Du könntest Handwerk noch machen. Haben wir, glaube ich, eh nix. Was wir irgendwie... Sockel einsetzen, können wir machen. Aha. Das wäre vielleicht auch mal eine Idee. Waffensockeln und so. Waffen aufrüsten können wir schon. Klauen ist vielleicht auch... Na, da brauchen wir mehr Gerissenheit. Schade. Da ist eine Werkbank. Guck doch mal an. Äh, Narkampf. Was ist das denn? Krempel unverkäuflich. Ach so, stimmt. Das ist ja das, was wir für den, äh... Ne. Ist nicht die Waffe, die wir... Ich hoffe mal, ich habe jetzt die Waffe für den... Ne, die habe ich ihm abgegeben. Nicht verkauft. So, Axt. Ähm... Was würde denn die bessere Axt? Waffe steigern. Mehr Schaden. Ich könnte sie sogar gerade so benutzen. Sehr schön. Dann machen wir das doch mal. Juhu, verbesserte Axt. So, plus zwei. Da brauchen wir jetzt erstmal Elixit für. Und ja, die sind dann erstmal... Out of order. Aber gut, wir haben jetzt schon mal eine etwas bessere Waffe erhalten. Sockeln können wir es noch nicht. Nicht auseinanderschrauben. Ach, das müsste ich auch noch lernen. Wäre dann vielleicht gar nicht so dumm. Aber gut, jetzt haben wir eine, die 48 macht. Plus 20% nochmal wegen Nahkampfwaffen. Da müssen wir noch gucken, was der dritte Teil davon kostet. Sehr gut. Andererseits, ich bin echt überlegen, hole ich mir die Zahn-Axt und werte die auf. Ich glaube, das lade ich dann nämlich gerade nochmal. Moment, das war ein Autosave, oder? Ja. Das war ein Autosave. Ich kann ja bei der Schnellreise dahin. Fällt mir gerade ein. Sparen wir uns halt mal wieder. Wie gesagt, der Kampf gest... Äh, jetzt in der... Gestern. In der gestrigen Folge. So. Hat ja schon genug Zeit gekostet. Sparen wir hier mal wieder etwas Zeit. Und mit Zeitkosten meine ich halt, ich muss halt Sachen andauernd neu machen, weil ich es beim ersten Mal nicht hinkriege. Zeig mir deine Waren. So. Obwohl, es könnte natürlich sein, dass ich... Wenn ich die Zahn-Axt, die hat... Hat die... Die hat, glaube ich, höhere Anforderungen. Dass, wenn ich die aufwerte... Ich habe ja gespeichert. Wir haben ja den Autosave von oben noch. Der wird wahrscheinlich überschrieben werden. Ich muss mal gucken. Ähm... Dass ich die dann nicht mehr... Bist du eine Werkbank? Ja. Wenn ich die aufwerte, was hast du denn? Ja, du hast geringere. Wahrscheinlich kann ich die dann nämlich nicht tragen. Genau. Dann fehlt genau eine Konstitution. Und macht halt 50. Ja, wie zu erwarten, die zwei mehr. Ja, nee, das lohnt sich dann leider doch nicht. Gut. Ähm... Schon aber jedes Mal zu speichern, wenn ich von dieser Bank weggehe. Dann bleiben wir halt bei der Axt. Ach, ich muss die jetzt nochmal neu auswählen. Alles klar. Du kommst wieder auf die Eins. Die sieht aber jetzt nicht anders... Die sieht tatsächlich anders aus. Cool. Ähm... Schild aufwärt? Nee. Das lassen wir mal. So, Heildringer habe ich halt auch keine mehr. Wie war das denn mit Chemie... Ach, ich habe ja, glaube ich, noch keinen Chemielehrer gefunden bisher. Ich sollte mal wieder die Schule gehen. Einen Chemielehrer suchen. Handwerk, Persönlichkeit, Berserker, Überleben... Outlaw... Ach, das könnten wir hier auch gerade erst lernen. Grissener Geschicklichkeit. Hm. Ist halt auch nicht verkehrt. Hm. So, da hätten wir halt noch. Obwohl, theoretisch brauche ich das ja nicht mehr. Ich habe ja schon die, in Anführungsstrichen, höchste Stufe. Die Triche brechen nicht mehr ab. Geht eigentlich. Für Sockel bräuchte man theoretisch einfach nur einen Ladenpunkt. Aber ich habe sogar schon Chemie. Verdammt. Ähm. Dann schaue ich doch mal gerade, was ich an Tränken herstelle. Ich muss mich halt da echt jetzt nochmal so ein bisschen reinfinden. Wie ging das denn nochmal? Kann ich es einfach hier machen? So, die können wir auch mal abfrühstücken. Malus Resistenzen, Bonus Resistenzen. Aha. Das können wir auch nochmal irgendwann verkaufen, alles. Modifiziertes. Ach, das, genau. Das war's ja. Pflanzen, Schnaps. Ähm. Wo waren denn hier die... Die Dings, die... Rezepte. Hier, glaube ich. Laufende, erledigte Mission. Rezepte, genau. Klein Heiltrank. Könnte ich... Sechs Stück machen. Mann, da trank jetzt nicht unbedingt. Mehr habe ich halt noch nicht. Da könnte ich noch ein paar machen. Die könnte ich halt dann verkaufen. Von daher... Hm. Was macht denn die Suppe? Plus 20. Gibt aber auch noch Gegenstrahlung. Was bist du denn? Stim. Aha. Gut, da müsste ich halt mal gucken, wo das mit den Heiltränken geht. Wahrscheinlich brauche ich da halt auch irgendwas. Am Lagerfeuer ja nicht, oder? Ich müsste, glaube ich, echt mal nachgucken, wo ich Tränke herstellen kann. Aber jetzt muss ich erst mal Geld sammeln und aufsteigen. In der Reihenfolge. Hier irgendwas übersehen eigentlich? Nö. White hat wahrscheinlich auch nichts mehr großartig zu erzählen. Na, Spike. Tja, und was die Aufträge angeht. Vielleicht machen wir uns jetzt doch so langsam mal auf den Weg Richtung Hauptquest. Was haben wir denn sonst noch? Rachefeldzug. Haben wir da irgendwas markiert? Ja, das geht halt hier alles Richtung... Da haben wir noch ein Relikt. Achso, wir... Genau, da war ja noch... Moment, 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 Moment. Was brauchen wir denn an Zeug? Das wäre auch irgendwie noch eine ganze Menge... Ähm... Hauptmission mal weg. Das müsste Edan gewesen sein. Der neue Outlaw. Trockenfleisch, Wasser und eine Waffe. Achso, stimmt, dann wird halt die... Ne. Ich kann ja nur gerade nochmal nachfragen, wie viel das war. Furcht einflößend. Lass uns nicht zu lange in der Stadt bleiben, okay? Das Ding sieht aus, als würde es uns auf den Kopf krachen. Hm. Vielleicht können wir den ja auch nochmal kurz reden. So. Oder? Hm. Na du, Ratte. Oh, hi. Hast du gut gemacht. Na du, wo willst du eigentlich hin? Gehst in die Stadt. Zack. Ja, ich muss sagen, die neue Waffe macht sich echt gut gerade. Dankeschön. Mit der Kombo. Also dreimal Angriff. Ja. Hier, diese Kombo. Dreimal Angriff. Dann E und dann Q. Wenn sie denn durchkommt, ist die nicht verkehrt. Da haben wir ja noch was. Ich werde jetzt langsam übermütig. Danke. Aua. Aua. Aber ja, ich komme tatsächlich zum ersten Mal einigermaßen gut mit den Gegnern hier zurecht. Schlafplatz wäre cool. Aber ich glaube, das kann ich dann eventuell da unten dann machen. Um euch kümmern wir uns vielleicht mal später. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich einigermaßen hier zurechtkomme. Vielleicht nicht unbedingt draufgehe. Dich kann ich gerade nicht bekommen. Ja, weil die Angriffskombo ist echt gut. Sehr schön. Muss halt durchgehen, aber hey. Hat sich das ja doch noch gelohnt. Ja, ich glaube, so langsam komme ich vielleicht etwas besser hier mit dem Kampfsystem zurecht. Epp, will ich Wolfskraut noch mitnehmen. Du bewässerst wohl gerade die Pflanzen hier, ne? Wegen der Sache mit dem Weltenherz. Ja? Hm. Ich würde halt echt gerne nochmal wissen, wie viel genau. Machst du dir in die Hosen oder warum läufst du so geduckt? Wieso? Pennen wir bis morgens, warten bis die rausgehen und klauen vielleicht noch eine Runde hier drin. Ich bin wieder ein großer Heiltrank. Ohne Schlüssel wird das nichts. Stimmt, ich sollte auch vielleicht mal wieder ein bisschen mehr klauen. Das könnte ja eventuell was bringen. Blutiger Burger. Hm. So. Sind wir da drin? Ach, geht's. Schauen wir mal. So einfach. Achso, mit dir reden war ja erstmal nichts. Ähm, bin ich jetzt wirklich so übermütig und versuche die Viecher da hinten mal anzugehen? Ja, ich glaube schon. Guck mal her, du Heilpflanze. Ich meine, ich hätte ja notfalls ein bisschen Unterstützung. Von den Leuten hier. Hm. So, noch eine Heilpflanze. Hier könnten wir vielleicht auch das so vielleicht mal nutzen, oder? Du Moloch, du. Das hat schon mal ordentlich gesessen bei euch. Aua, nicht blocken, bitte. Okay, du haust ordentlich zu. Lass mich doch einfach mal, lasst mich doch einfach nur angreifen. Ich will doch nichts mehr als euch plathauen. Also, ich glaube, es scheint einigermaßen machbar zu sein. Aua. Wenn ich halt den nicht irgendwo festhänge und ich gewonnen-hitted werde, oder festgestunt werde. Hm. Ein Versuch noch. Wie gesagt, allein wird es, glaube ich, echt gerade gut gehen mit dem. Das ist halt einfach zu viel nerviges Zeug außenrum. Kommt dann die ganze Party heute raus. Wie gesagt, eine Rüstung wäre halt schön, die halt ein bisschen was aushalten würde. Oder ein bisschen mehr aushalten würde. Schadenmäßig geht es jetzt tatsächlich gut. Aber wir halten halt nichts aus. Immer noch nicht. Gut, dann lassen wir das. Gehen wir vielleicht nochmal zurück zu der Stadt. Und schauen uns dort nochmal um. Hm. Oder wollten die uns glaube ich nicht reinlassen. Ich weiß es auch gar nicht mehr. Solange ich halt da irgendwas abgreifen kann. Erfahrungen und oder Geld. Kann es ja nicht so verkehrt sein. Halt! Keinen Schritt weiter. Ohne gültige Zugangskarte wird niemand mehr in die Stadt gelassen. Lass uns rein, sonst bekommst du meine Waffe zu spüren. Wenn du das versuchst, dann schießen dich unsere Roboter in Stücke. Von deiner Sorte ist die Stadt sowieso schon überlaufen. Wir können nicht noch mehr von euch hier gebrauchen. Wie steht es um Truppenbewegungen der Alps hier in der Gegend? Tja, hier in Abessa ist ne Menge los, kannst du dir vorstellen. Was vor allem daran liegt, dass wir uns hier so nah an Xarkot, dem Eisland im Norden, befinden? Mich interessieren vor allem die Elexetoren. Jetzt wo du es sagst? Elexetor Kallax ist vor ein paar Tagen mit seinen Soldaten und einer Truppe Kampfmaschinen hier vorbei Richtung Norden gezogen. Keine Ahnung, was er hier wollte, aber er schien sich nicht für unsere Stadt zu interessieren. Kallax zog in den Norden. Wie lange ist das her? Ich sagte ja, ein paar Tage. Er ist mit Sicherheit schon wieder in der Hauptbasis der Alps, im Eispalast oben in Xarkor. Warum interessiert dich das? Du bist doch nicht so lebensmüde und willst es mit den Elexetoren aufnehmen, oder? Nein, ich bin noch nicht so weit. Aber es ist gut zu wissen, was der Feind vorhat und wo er sich gerade befindet. Oh Mann, noch so ein Spinner mit Heldenkomplex. Ich hoffe, das ist nicht ansteckend. Komm mir bloß nicht zu nah. Woher bekomme ich eine Zugangskarte? Gar nicht mehr. Wir haben Weisung, niemanden mehr hineinzulassen. Diese Stadt ist ein Pulverfass und wir Kleriker versuchen, alles, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Wir können es uns nicht leisten, noch mehr schädliche Elemente in die Stadt zu lassen. Die Outlaws scheinen mit unserer Führung nicht ganz zufrieden zu sein. Aber ohne Ordnung und Gesetze kann keine Zivilisation bestehen und wir können hier keinen Aufstand gebrauchen. Es gibt eine Menge Leute, die nicht in die Stadt kommen. Mit denen kannst du dich ja zusammenschließen. Sie haben sich weiter draußen in einem der alten Häuser eingenistet. Sind die das etwa da unten? Gut, soviel dann zu. Wir gehen mal in die Stadt gucken. Hm. Will ich das mal verfolgen? Ja, warum eigentlich nicht? Also ich sehe im Moment auch gerade nicht allzu viel andere Möglichkeiten. Ah ne, die sind da unten. Dann schauen wir mal. Hallo Seerose. Zeugen einer längst vergangenen Zeit? Na, Kinas? Ach, ihr seid was? Okay. So eine irre Ziege. Ich möchte auch in die Stadt. Hast du's denn schon versucht? Ja. Und, der hat dich nicht reingelassen, richtig? Sonst wäre ich nicht hier. Also pass auf. Ich habe eine Möglichkeit, wie du in die Stadt kommst. Aber die ist riskant, weil du möglicherweise nicht mehr herauskommst. Wieso sollte ich nicht mehr herauskommen? Nicht, dass es dir wie Cooper ergeht. Du solltest eines wissen. Jeder, der keine gültige ID hat, wird von den Klerikern nicht durchgelassen. Nicht in die Stadt, aber auch nicht mehr aus der Stadt. Wieso sollte man Leute in der Stadt festhalten? Alter, ich habe keine Ahnung. Frag die Kleriker. Deren Regeln versteht doch sowieso kein Schwein. Da kommen wir auch schon zum Kern der Sache. Wenn du möchtest, gebe ich dir eine gefälschte ID-Karte. Allerdings habe ich eine Bedingung. Wir haben Cooper bereits in die Stadt geschleust. Aber jetzt kommt er nicht mehr heraus. Du musst ihm eine ID mitbringen, sodass er die Stadt wieder verlassen kann. Aber sei dir bewusst, was passiert, wenn du damit entdeckt wirst. Du kommst nicht mehr heraus. Deswegen traut sich auch niemand von uns, damit hineinzugehen. Ich mache es. Gib mir eine ID-Karte. Hier hast du... Ach, scheiße. Ich habe ganz vergessen, dass Vic alle dabei hat. Vergiss alles, was ich gesagt habe. Solange Vic nicht wieder da ist, kann ich dir auch keine ID fälschen. Er hat die ganzen Blankokarten. Und wann kommt dieser Vic wieder? Tja, gute Frage. Der ist schon einige Zeit weg. Sie wollten eigentlich nur um die Ruinen hier ziehen und nachsehen, ob es hier noch etwas gibt, das es sich einzusacken lohnt. Du könntest ja nach ihnen suchen, wenn du es eilig hast, in die Stadt zu kommen. Sie sind Richtung Nordwesten aufgebrochen. Durchsuche einfach die ganzen Häuser, die da so stehen. Dann wirst du sie schon finden. Okay, ich gehe mal davon aus, dass es den zerlegt hat. Die meisten gehen mir auf die Nerven. Da oben, aha. Nee, oder? Doch. Du bist doch verrückt. Stimmt, ich glaube, umgesehen hatte ich mich hier schon. Dann schauen wir doch mal, ob wir Vic treffen. Vic-I und die starken Männer. Was ist mit euch? Haut ihr ab? Nehme ich halt die Seerose mit. So, das habt ihr jetzt davon. Hallo Heilpflanze. Ich helfe dir. Na klar. Stirb. So, das Viech wäre weg. Da ist noch eine Pflanze. Dann schauen wir mal... ...ob wir diesen Vic finden. Mhm. Interessant. Hier mit diesen... ...Dingern. Und wir können uns zumindest hier noch ein bisschen was an Zeug mitnehmen. Was ich eigentlich ganz nett finde. Hier noch was. Erstmal nicht. Dann bediene ich mich hier nochmal kurz. Ja, ich sehe gerade die Folge ist auch schon wieder so gut wie zu Ende. Ich glaube, dann werden wir in der heutigen Folge nicht mehr ankommen. So wie das aussieht. Aber wir können uns ja noch ein bisschen umgucken. Und wir kommen doch noch an. Wir kommen doch noch an. Aber hier sind Viecher, deswegen wahrscheinlich hat es den zerlegt. Wäre schön, wenn du mal angreifen würdest. So, die Pestraten. Radio. Aha. Achso, die sind alle kaputt. Na gut, dann schauen wir uns in der nächsten Folge mal an, was da drin noch so auf uns wartet. Ob Vic noch lebt oder eben nicht. Was die ganzen Pestraten hier machen. Warum die auf einmal alle tot sind. Wir werden das erfahren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.